Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Testbericht für www.wlan-kamera.info. Heute schaue ich mir mal wieder eine Überwachungskamera an und zwar ist das hier die Ring Spotlight Cam. Hier steht Wired, denn die gibt es mit Kabel sowie mit Akku. Ich habe mir in diesem Fall aber die Kamera mit Kabel angeschaut, einfach weil ich bei so einer Festinstallation, es ist bequemer, wenn man da ein Kabel legt, dann hat man nämlich keine Probleme mit dem Strom und so weiter. Aber wie gesagt, wer sich da für die Akkuversion interessiert, der kann sich natürlich auch die anschauen, die werde ich dann auch wieder verlinken bzw. im Testartikel findet ihr dann auch einen Link. Okay, schauen wir uns die Kamera hier an. Das ist eine Außensicherheitskamera mit Licht. Die Kamera sieht hier so aus. Die hat eine HD-Auflösung, genaue Daten, dazu kommen wir dann noch. Und ich werde jetzt mal die Verpackung wieder immer im ersten Schritt betrachten. Und hier stehen eben auf Englisch und Deutsch ein paar Sachen. Zum Beispiel, wie gesagt, das hatte ich ja bereits erwähnt, die hat ein Licht, das sieht man hier. Dadurch wird das Ganze dann beleuchtet, soll bessere Aufnahmen geben, werde ich alles testen. Und das hier ist die Rückseite. Hier gibt es erstmal benutzerdefinierte Bewegungserkennung. Klar, man kann die per WLAN verbinden. Dann, es gibt eine Sirene. Dann können wir hier Videos speichern, anschauen und teilen. Also das ist eigentlich Standard. Hier oben gibt es Infos zum Video und zwar 1080p-Video mit Gegensprechfunktion. Außerdem kann dieses Licht per Bewegungserkennung aktiviert werden. Also das Licht kann auf Bewegung quasi reagieren, wenn man das so möchte. Dann gibt es Nachtsicht mit Infrarotlichtern und wetterfest ist das Ganze natürlich auch. Es ist eine Außenkamera. Das sollte das natürlich der Fall sein. So, das war es jetzt erstmal von der Verpackung und ich werde mir jetzt im nächsten Schritt hier den Inhalt anschauen. So, ich habe jetzt mal den Karton abgezogen und jetzt werfen wir einmal einen Blick ins Innere. Da seht ihr hier schon die Kamera. Die ziehe ich direkt heraus. Da hängt noch so ein Sockel dran. Das muss ich alles mal gleich befreien. Erstmal ziehe ich mir jetzt hier alles heraus, damit ich hier gleich besser weiter arbeiten kann, wenn ich die Kartons beiseite legen werde. So, hier sehen wir jetzt erstmal den Inhalt. Zuallererst werde ich jetzt mal die Kamera, diesen Plastikdeckel hier noch befreien. Das hier ist die Kamera und ihr seht schon, die macht einen soliden Eindruck, muss ich sagen. Das hier ist die Wandhalterung. Wenn ich die umdrehe, seht ihr hier die Schrauben. Und wie das genau montiert wird, das werde ich dann noch genau feststellen. Es gibt hier natürlich auch ein Kugelgelenk. Das heißt, man kann das hier vermutlich lösen. Das werde ich später aber noch genau machen. Das heißt, man dreht hier vermutlich diesen Ring auf oder diese Schelle. Das muss ich noch nachgucken. Weil wie gesagt, hier müssen wir bedenken, das Unboxing hier ist direkt live. Und ich habe natürlich die Anleitung da noch nicht durchgelesen. Aber ein bisschen habe ich mich natürlich schon informiert. Also hier ist ein Kugelgelenk. Das können wir hier später bewegen, verstellen. Ich kann das jetzt schon, wobei ich sehe schon, das ist schon einigermaßen fest. Also ich kann das hier bewegen. Das werde ich später alles aber noch genau zeigen. Hier unten haben wir dann einen Sensor. Das sieht für mich so aus, als ob das hier der Bewegungssensor ist. Das ist das große Teil hier. Dann hier gibt es wahrscheinlich einen Lautsprecher, Mikrofon. Das seitliche sind hier die Lichter. Die I-LEDs werden vermutlich hier oben sein. Das werde ich aber alles noch sehen im Dunkeln. Und ich drehe die Kamera jetzt mal noch von oben. Da sehen wir hier eigentlich nichts, außer so einen Knopf, der hier ist. Den kann man drücken. Da muss ich wie gesagt auch noch schauen, wie es da aussieht. Also das ist natürlich klar soweit. Und hier unten Stromkabel. Das Stromkabel werde ich auch noch vermessen. Ihr seht hier ein ganz normaler EU-Stecker. Den können wir auch nicht wechseln. Da ist kein Adapter oder so. Ein simpler EU-Stecker. Die Länge des Stromkabels werde ich noch vermessen. Das ist nämlich natürlich fürs Verlegen sehr wichtig. Aber wie gesagt, notfalls kann man hier dann auch einfach Verlängerungskabel nutzen. Muss man aber abdichten. Da müsst ihr immer dran denken, wenn ihr solche Kabel hier habt, draußen, und Verlängerungskabel einsteckt und das dann Regen haltet, dann fließt natürlich Wasser rein. Das heißt, wenn ihr das macht, müsst ihr die abdichten. Soviel jetzt erstmal grob zum Unboxing hier der Kamera. Also für die Kamera. Jetzt schauen wir uns mal noch Zubehör an. Da sieht es so aus. Wir haben hier erstmal einen Haufen Aufkleber. Attention, Achtung, Attenzione, Attenzione und okay. Verschiedene Sprachen. Das ist glaube ich Spanisch, Französisch, Deutsch und so weiter. Dann gibt es hier nochmal eine kurze Anleitung. Security Cam Instructions Deutsch auf Seite 5. Da werfe ich glaube ich mal einen Blick rein. Das sind wieder solche Sicherheitsinformationen und hier steht, auf welchem Frequenzband hier gesendet wird und die Leistung im Betrieb sowie die Spannung und der Wattverbrauch. Kurzanleitung eben, dann noch weitere kleine Garantieanweisungen, auch nochmal in allen möglichen Sprachen, seht ihr her. Dann gibt es noch die Hauptanleitung, so wie es aussieht. Cam Wired. Okay, da schaue ich auch mal rein. Da haben wir Englisch und hier haben wir Deutsch. Laden Sie die Ring App herunter. Also das läuft hier wieder über eine App, das ist praktisch. Das werde ich euch in einem Video zeigen. Physische Installation auf Seite 22, digitaler Download des Manuals. Das heißt, die Anleitung müssen wir herunterladen, die liegt hier nicht in Ausgedruckter vorn. Bei, so wie es aussieht. Beziehungsweise das werde ich mal schauen. Wobei doch, die Montageanleitung ist hier hinten nochmal. Man kann die aber auch herunterladen. Also ich werde mir die auf jeden Fall herunterladen. Ich lese sowas immer gerne am PC durch. Hier steht genau, wie alles befestigt wird. Dübelschrauben und so weiter. Jetzt schauen wir uns aber mal noch an, ob da die Dübel und so weiter beiliegen. Das vermute ich nämlich, so wie immer. Und zwar haben wir hier ein Kit. Oh, da ist sogar ein Schraubenzieher dabei. Ein Kit, um das Ganze zu befestigen. Also hier liegen mehr als genug Dübel und Schrauben bei. Das sind fünf Schrauben allein. Und Dübel sind das über zehn, so wie es aussieht. Dann haben wir hier noch so eine weitere Schraube. Kreuz-Schlitz-Schraube. Hier liegt sogar ein Bohrer bei. Das ist ein Betonbohrer. Ja gut, ich habe eigene Bohrer. Ich vermute jetzt auch nicht, dass das hier super Qualität ist. Aber da liegt sogar ein Bohrer bei. Dann liegt hier noch ein Schraubenzieher-Werkzeug bei, was wir auch drehen können. Das heißt hier, auf der einen Seite ist so dieser Mini, das sind Sternschrauben. Also nenne ich das halt. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Fachbegriff dafür ist. Und das andere ist simpler hier. Schlimm simpler Kreuz-Schlitz. Können wir drehen. Also Werkzeug für die Montage liegt auch bei. Von diesen Schrauben-Pins hier zwei Stück. Dann gibt es hier noch ein Montageteil mit einer integrierten Wasserwaage. Das ist die Platte für die Montage. Und dann haben wir hier noch solche Schrauben mit solchen Klemmen. Die sind, um dieses Kabel hier zu verlegen. Da hat auch jemand mitgedacht, damit können wir das Kabel eben an der Wand verlegen. Also Montagetechnisch ist das hier wirklich super. Da habe ich bisher, das habe ich in so einem Umfang bis jetzt noch nie gesehen, dass da so viele Montagesachen beiliegen. Da ist es wirklich löblich. Das war es jetzt hier auf jeden Fall vom Unboxing. Und im nächsten Schritt werde ich jetzt diese Kamera hier montieren. Ich werde damit Testaufnahmen machen. Werde mir anschauen, wie funktioniert das Ganze hier. Noch einige Tipps zur Montage geben. Die Verarbeitung. Testvideos werde ich wie immer machen. Und dies und mehr gibt es jetzt wie immer im Mega-Testbericht. Setup Zuallererst wird die Kamera an den Strom angeschlossen. Das Licht geht dann auch direkt an und wir warten etwa 30 bis 60 Sekunden. Dann geht das Licht auch wieder aus. Für die Installation benötigen wir die kostenlose Ring-App. Außerdem müssen wir uns einen Benutzer-Account anlegen und Daten eingeben. Danach müssen wir auf eine Mail warten und den Account bestätigen. Diese Mail musste ich leider mehrfach senden lassen, weil sie beim ersten Mal nicht ankam. Jetzt schauen wir uns das Setup genauer an. Die kostenlose App habe ich jetzt über den Google App Store schon installiert. Und ich habe mir auch ein Konto angelegt. Das habe ich jetzt bereits kurz im Schnelldurchlauf gezeigt, weil das ist jetzt nicht so interessant oder kompliziert. Und jetzt starte ich einmal die Ring-App. Die Kamera habe ich bereits an den Strom angeschlossen, also die Ring-Kamera. Und der fragt mich jetzt hier direkt, was möchte ich denn einrichten. Da gibt es hier verschiedene Produkte. Es gibt natürlich auch verschiedene Systeme von diesem Hersteller. Da gehe ich jetzt in dem Fall auf Security-Camera. Okay, er will wieder Zugriff auf Bilder. Klar, das muss er haben, sonst kann er keine Bilder und Videos aufnehmen. Das lasse ich zu. Und jetzt möchte er, dass ich den QR-Code einscanne. Auch das mache ich jetzt mal. Wie ihr jetzt gesehen habt, habe ich den QR-Code eingescannt und jetzt fragt er mich, was ich denn hier habe. Ich persönlich habe eine Spot-Cam Wired. Das steht auch vorne auf der Verpackung. Das tippe ich jetzt einfach mal an. Jetzt möchte er nochmal den Standort des Gerätes. Das werde ich auch mal wieder zulassen. Die ganzen Berechtigungen hier Standort hinzugefügt. Neuen Standort hinzufügen. Okay, das möchte er jetzt. Füge ich einfach mal Standort hinzu. Jetzt möchte er natürlich hier die ganze Adresse und alles wissen. Da frage ich mich jetzt wieder, was das soll. In dem Fall mache ich das jetzt aber einfach mal. Okay, ich habe jetzt hier mal ein paar Daten eingetragen. Die sind jetzt in meinem Fall falsch. Ich möchte einfach mal probieren, was er da eigentlich mit macht hier. Und was er dann, wofür er die überhaupt verwendet. Das sind auf jeden Fall jetzt falsche Daten. Einfach mal zum Test. Und jetzt schauen wir mal weiter. Also Adresse bestätigen. Ja, passt jetzt mal. Ist zwar falsch, aber für den Test hier sollte es erstmal funktionieren. Und dann schaue ich mir an, was er denn eigentlich, wofür er das genau verwenden wird. Einen Namen möchte ich jetzt haben für die Kamera. Den nenne ich jetzt einfach mal Garten. Standardmäßig wähle ich die aus. Ihr könnt natürlich auch selber benutzerdefiniert etwas machen. Jetzt meldet er gleich. Er kann natürlich dieses Video nicht ausgeben, weil ich hier nicht mit einem WLAN-Router verbunden bin. Noch nicht. Deswegen machen wir das als nächstes weiter. Bitte warten Sie eine Minute, bis die Spotlight hier im Einrichtungsmodus befindet. Also die befindet sich bei mir auch schon im Einrichtungsmodus. Ich habe die ja schon ein bisschen länger eingesteckt. Das heißt, er zeigt hier, wenn das Licht unten anfängt zu blinken, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Und das schaue ich mir jetzt gerade mal an. Also die Kamera, die steckt jetzt schon ein bisschen länger drin. Allerdings das Licht unten, muss ich sagen, das blinkt noch nicht. Ich habe die jetzt bereits, ich würde mal sagen, drei, vier Minuten habe ich die sicher schon eingesteckt. Allerdings blinkt die Leuchte nicht. Ja, dafür geht das vordere Licht an. Jetzt schauen wir mal. Die Leuchte, ich habe gewartet, es blinkt nicht. Secure, keep your ring account safe. No, das interessiert mich jetzt mal gar nicht. Mitten im Setup. Und okay, Video, drücken Sie den Knopf an der Oberseite der Cam. Und dann soll das Licht unten blinken. Auch das werde ich jetzt mal machen. Denn oben auf der Oberfläche der Kamera, da gibt es so einen versteckten Knopf. Den habe ich bei Unboxing schon gezeigt. Den werde ich jetzt mal drücken. Das hat jetzt funktioniert und ergibt dann auch aus, Spotlight Cam ist in Setup Mode. Also das sagt eine Frauenstimme. Und jetzt sind wir im Setup Modus. Gehen da mal rein auf Weiter. Jetzt sagt er, okay, das Licht blinkt. Das tut es jetzt auch. Dream kommuniziert jetzt mit der Cam. Haben Sie etwas Geduldes? Warten wir kurz. Okay, er gibt auch Sprachmeldungen aus und zeigt mir jetzt an, was ich hier für WLANs aussuchen kann. Und wie gut die sind, sehen ihr weder nicht. Da doch sehe ich. Da wähle ich jetzt mein WLAN aus. Jetzt erst mal hier dieses. Und jetzt gebe ich da mein Passwort ein und dann geht es gleich weiter. Okay, wieder Sprachausgaben im Hintergrund. Also er gibt da auch immer aus, wenn er was macht. Und jetzt ist das mit dem WLAN verbunden. Also die Kamera, das steht hier auch unten. Okay. Okay, er hat jetzt die Verbindung bestätigt. Das hat funktioniert. Zeigt hier auch nochmal Infos an. Verstanden. Verstanden habe ich geschafft. Erfolgreich eingerichtet. Weiter. Also man kann jetzt noch weiteren Personen Zugriff erteilen. Weitere Benutzer. Also man kann das da erteilen quasi in Zugriff. Das geht bei einigen modernen Kameras inzwischen. Möchte ich jetzt aber nicht. Das heißt, ich gehe jetzt auf Überspringen hier unten. Und jetzt können wir uns ein Installationsvideo ansehen. Das heißt, er zeigt mir hier ein Video an. Direkt. Okay, die Kamera labert jetzt im Hintergrund weiter. Hier weitere Infos gibt die auf Englisch aus. Das hört ihr hier eventuell im Hintergrund. Bzw. ich werde das ein bisschen lauter machen. Jetzt hat er das Licht wieder eingeschaltet. Also, überspringen die das Setup. Nein. Okay, es hat ja mir eine Mail gesendet. Später installieren. Das interessiert mich jetzt nicht. Bestätigen ihre App Bild. Spätigen, bitte. Sicherheitsfonds. Okay, ich muss meine E-Mail-Adresse noch bestätigen. Tippen sie auf das Symbol. Bewegungsnachrichten aussetzen. Okay, okay. Ja, jetzt. Jetzt bin ich in der Haupt-App hier drin. Das sieht man auch schon in der Vorschau vom Videobild. Die steht noch auf dem Kopf da unten. Die werde ich jetzt auf jeden Fall einrichten. Ein weiteres Produkt hinzufügen. Das mache ich jetzt erstmal weg. Ereignisverlauf gibt es auch noch nicht. Hier gibt es eine Info. Neue Funktion. Control Center. Das ist es hier, die App. Da können wir weitere Geräte einrichten. Hier gibt es wohl ein Protect-Abo. Das werde ich mir noch anschauen. Installation und so weiter. Das hier ist auf jeden Fall die Kamera. Wir haben jetzt schon Zugriff hier auf den Livestream. Und für Live-Video antippen. Zulassen. Audio will er auch haben. Jetzt kann ich auf jeden Fall schon auf den Livestream zugreifen. Das war jetzt aber hier im Video nur die Installation. Das hat ja schon ein bisschen gedauert. Ich will das Video nicht zu lange machen. Ich werde jetzt auf jeden Fall mir die App noch im Detail anschauen. Und das werde ich dann eventuell ein separates Video packen. Ich glaube, das Installationsvideo ist schon fast 10 Minuten lang. Deswegen teile ich die Videos als immer. Und jetzt aktiviert er das Gerät auf jeden Fall und sollte jetzt hier gleich den Livestream anzeigen. Da warte ich jetzt gerade noch. Also, was ich jetzt gemacht habe, er wollte gerade den Videostream nicht laden. Ich weiß nicht warum. Nach mehrmaligem Probieren. Ich habe jetzt einfach die App neu gestartet, weil wie so oft neu starten, löst sehr oft schon kleine Probleme. Ich habe jetzt auf jeden Fall Zugriff auf den Livestream. Das sieht man auch hier. Die Ringkamera macht erst einmal einen wirklich hochwertig verarbeitenden Eindruck auf mich. Die Halterung kann abgenommen werden. Dazu müssen wir sie einfach gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das seht ihr hier. Dahinter sind wir dann Elektronik und die Pins. Das Gelenk ist ein Kugelkopf und wir können die Kamera damit flexibel positionieren. Ich demonstriere hier im Video einmal den Radius. Um das Gelenk zu lockern oder festziehen zu können, können wir die Schraube der Metallschelle lösen. Das war bei mir aber nicht nötig. Ich konnte das Ganze auch so gut bewegen und das hat auch gehalten. Die weiße Halbkugel unter der Kamera ist der Bewegungssensor. Vorne an der Kamera befindet sich das Objektiv, welches einen Bildwinkel von um die 140 Grad hat. Das ist wirklich viel in dem Fall. Schaut euch die Testaufnahmen an, da sieht man das sehr gut. Außerdem sehen wir hier noch einen Lautsprecher. Den Lichtsensor und ein Mikrofon hat die Kamera auch verbaut. Denn wir können sie zum Gegensprechen benutzen. Über dem Objektiv befinden sich sechs Infrarot-LEDs als horizontale Linie angeordnet und diese leuchten im Dunkeln rot auf. Links und rechts befindet sich eine vertikale LED-Leiste, das Licht. Dieses Licht geht bei Bewegung an, beleuchtet somit das Bild. Hier auf dem Bild seht ihr in etwa, wie das an einem Haus bei Nacht wirkt. Oben auf der Kamera befindet sich auch noch ein Knopf, welchen wir benötigen, um den Einrichtungsprozess manuell zu starten. Ich musste diesen Knopf immer nutzen, da die Automatik per App nicht gegriffen hat. Das sagt die App aber auch quasi, wenn das nicht automatisch blinkt, also der Bewegungssensor hat ein Licht verbaut, dann soll man eben diesen Knopf drücken. Das muss man zum Beispiel, wenn man das WLAN ändern möchte. Das Gehäuse der Kamera besteht aus solidem Kunststoff und das Dach dort, wo auch der Setup-Knopf ist, ist mit Gummi überzogen. Eine Schutzklassenangabe, also eine IPX-Klasse konnte ich nicht finden, aber auf der Herstellerseite von Ringbed angegeben, dass die Kamera witterungsbeständig ist. Wir können sie also auch draußen montieren. Das ist klar, das wäre bei einer Outdoor-Kamera auch übel, wenn das nicht so wäre. Auf der Rückseite des Kamerafußes sind mehrere Schrauben zu sehen, auch vier, die etwas hervorstehen. Die beiliegende Montageplatte kann auf die vier Schrauben aufgeschoben werden und rastet dann ein. Diese Platte wird also an die Wand geschraubt und die benötigt Schrauben, Dübel und sogar einen Bohrer, das liegt alles aber bei. Damit sich die Kamera nicht so einfach von der Platte lösen lässt, liegen zwei Haltepins dabei, welche man im Anschluss durch den Fuß in die Platte schrauben sollte. Es gibt außerdem auch eine Sirene, die wir manuell aktivieren können. Diese ist gut zu hören, aber auch nicht zu laut. Der Hersteller gibt hier 100 Dezibel Lautstärke an, allerdings nicht in welchem Abstand. Meine Erfahrungswerte Ich habe mit der Kamera einige Tage gearbeitet und komme nun zu meinen Erfahrungswerten. Das Aktivieren des Live-Bilds dauert bei mir immer etwas länger, auch nah am Router. Vermutlich hängt das mit der Cloud-Anbindung zusammen. Wenn das Videobild dann aber läuft, ist es flüssig. Es gibt in der App eine Screenshot-Funktion, welche ich auch aktiviert habe. Allerdings sind diese Screenshots nirgends zu oft zu finden. In der Cloud habe ich sie auch nicht gefunden. Habe ich da etwas übersehen? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass da nichts aufgenommen wird, aber wie gesagt, ich konnte nichts finden. Wenn da einer von euch was weiß oder eine Erfahrung damit hat, dann einfach mal einen Kommentar unter das Video. Die Personenerkennung hat bei einigen meiner Aufnahmen dafür gesorgt, dass Alarmaufnahmen zu spät gestartet haben und im Keller haben zwei von drei Bewegungen nicht ausgelöst gehabt. Deswegen habe ich die dann deaktiviert. Was lobenswert ist, ist, dass die Aufnahmen vor der Auflösung beginnen, also Pre-Recording. Wichtig hierbei ist nur zu beachten, das gilt nur für die Kabelversion. Es gibt diese Kamera auch mit Akku, da ist das nicht so. Das ist aber auch der Grund, warum ich euch die Kabelversion empfehle, wenn ihr die haben möchtet, die Kamera und nicht die Akkuversion. Die Sirene kann man scheinbar nur manuell betätigen und nicht an den Bewegungsalarm koppeln. Habe ich da was übersehen? Das scheint zumindest so zu sein. Push-Nachrichten funktionieren gut und zügig mit einem wählbaren Ton. Das Licht der Kamera lässt sich konfigurieren und auch mit dem Bewegungsalarm koppeln. Tritt also eine Person vor die Kamera, so geht das Licht an. Ich persönlich finde, dass das Licht auch recht hell ist und gut ausleuchtet. Der WLAN-Empfang erzeugt bei mir gemischte Gefühle. Ich hatte in einigen Stellen plötzlich Komplettabbrüche. Beispielsweise auf dem Balkon, obwohl der Router dort nur 3 Meter Luftlinie entfernt ist. Erklären kann ich mir das nicht. Vielleicht ein situationsbedingter Einzelfall? Wer weiß. Die Sprachausgabe ist gut. Die Person vor der Kamera kann mich gut verstehen, wenn sie in 2 Metern Abstand steht. Die Tonqualität ist auf dem Niveau einer typischen Gegensprechanlage, würde ich sagen, nicht besonders gut, aber auch nicht schlecht. Ich hatte schon so einige preiswerte Modelle, die hier dasselbe Audio-Qualitätslevel erreicht haben. Ring gehört im Übrigen zu Amazon und deshalb gibt es auch eine Alexa-Integration. Die App hat allerdings nur zwei von fünf Sternen. Ich verlinke sie im Artikel einmal und unter dem Video, damit ihr dort die Kommandos von Alexa anschauen könnt. Das wäre es dann einfacher, als wenn ich die hier alle aufzähle. Die Kamera bzw. die ganzen Ring-Produkte sind eine Art geschlossenes Cloud-System. So ein kleines Smart-Home-System in diesem Bereich. Das heißt, es gibt keinerlei Möglichkeiten, mit externer Software auf den Videostream zuzugreifen oder auf eine SD-Karte zu speichern. Also keine RTSP oder OnWiF. Ring bietet noch weitere Produkte für dieses Ökosystem an. Klingeln, Lichter, Kameras, Türklingeln, Chimes bzw. Gongs und eine Art Basisstation. Außerdem gibt es noch zugelassene Partnerprodukte von Wemo, SmartLink, Pulse, Nuki, Lockitron, Lockstate, KWO, Wink und Kisi. Nuki zum Beispiel sind solche Türschlösser, mit denen man die Türe eben öffnen kann, aber auch wieder in Smart-Home-Funktion. Die Sprachausgaben der Kamera sind übrigens in Englisch. Beim Setup weisen diese zum Beispiel hin, ob das Setup erfolgreich war oder ob es Probleme gibt. Die Cloud Wie erwähnt handelt es sich hier um ein Cloud-System, das genutzt werden muss, wenn Aufnahmen abgespeichert werden sollen. Also fast in 99% aller Anwendungsfälle. Ich habe ein Cloud-Abo abgeschlossen und mir die Cloud einmal angeschaut. Das Abo kann man übrigens auch monatlich abschließen und dann auch wieder kündigen. Vorteil einer Cloud-Sicherung ist natürlich, dass die Aufnahmen hier sicher sind. Wenn also jemand die Kamera klaut, habt ihr trotzdem noch die Videos vom Täter. Das sollte nicht außer Acht gelassen werden. Im Artikel wird es dann noch ein paar weitere Infos geben. Schaut da unbedingt rein. So, wie gesagt, könnt ihr die Ring-Kamera bzw. die Aufnahmen nur laden und auch anschauen, wenn ihr so einen Cloud-Plan habt. Das heißt, das habe ich jetzt hier mal gemacht. Und zwar, der kostet im Monat 3 Euro und den kann man auch monatlich kündigen. Und so einen Plan habe ich jetzt mal hier gemacht. Abdeckung des Plans. Da kann man hier eben nachschauen, was die Pläne so abdecken. Auf der Webseite. Ich gehe da gerade mal runter. Hier habt ihr so eine Übersicht. Basisplan 3 Euro pro Mord und 30 pro Jahr. Das habe ich jetzt eben gemacht. Und wenn man da mehr möchte, gibt es eben noch diese 10% Rabatte und Extended Warranties. Die ist also erweiterte Garantie. Und den Plan zeige ich euch jetzt mal. Ich gehe jetzt mal hier hin auf Aktivitäten. Und da seht ihr dann gleich, was da aufgenommen wird. Das ist nicht besonders kompliziert. Das heißt, ich habe hier so eine Oberfläche. Da kann ich hier hingehen, meine Geräte auswählen. Ich habe nur eins in dem Fall, die Kamera Garten. Kann hier auch hingehen, einzelne Videos auswählen. Kann die hier auch löschen aus der Cloud. Kann das Ganze auch filtern. Das heißt, ich klicke hier auf All Types. Dann gibt es Answered Ring, Missed Ring. Es ist nämlich so, bei Ring gibt es noch diese Klingeln. Die kann man natürlich mit der Kamera und diesem ganzen System verbinden. Dafür ist das auch gedacht. Dann gibt es hier nur Motion und nur Person. Also es gibt eine Nur-Personen-Detektion. Die habe ich aber deaktiviert in dem Fall. Die hatte ich mal an. Wenn hier so Spiegelungen in der Scheibe und so. Das hat es reduziert. Allerdings hatte ich da im Keller bei den Testaufnahmen ein paar Probleme. Da war das nicht so zuverlässig. Das heißt, da ist von bei drei Aufnahmen ist der zweimal nicht angesprungen. Deswegen habe ich es wieder ausgeschaltet. Dann gibt es hier noch Live View Start. Also man kann das favorisieren. Linked Event Alarm und Motion. Das weiß ich jetzt direkt gerade nicht, was das jetzt bedeutet. Ich gehe jetzt mal kurz diese Liste hier durch. Da seht ihr eben Live View Garden. Das heißt, da kann man quasi auf den Live View zugreifen. Das kann man auch so ohne das Cloud-Abo. Das zeigt ihr hier aber eben an, wenn ich da zugegriffen habe. Und ihr seht hier auf jeden Fall auch die Aufnahmen, die einzelnen. Die werden hier oben drin geladen in dem Video-Editor. Das heißt, ich klicke hier zum Beispiel unten eine an. Ich kann jetzt in dieser Liste Aufnahmen auswählen. Das mache ich jetzt mal bei einer Nachtaufnahme hier. Motion Garden, 14.32 Uhr im Keller hier mit Infrarot-LEDs. Hier oben kann man die Ausnahmen dann abspielen. Hier Play, Video Player. Man kann hier vorspulen, pausieren. Kann die Lautstärke eben ausschalten, anschalten. Kann das Ganze auch als Vollbild nehmen. Ihr seht ja das Ganze mal im Vollbild. Und wir können hier Bild in Bild. Das ist dann hier unten rechts in der Ecke. Das schließe ich jetzt gerade auch mal wieder. Dann können wir das Ganze teilen. Also es gibt hier so eine Share-Option, Facebook, Twitter, E-Mail und so weiter. Auch Get-Link. Da bekommt man dann einen Link zu diesem Video. Preparing, das macht er jetzt kurz. Und wenn ich jetzt diesen Link jemandem schicke, dann kann der quasi auf das Video zugreifen. Also das sind so Teilmöglichkeiten, das Video zu teilen. Wie gesagt, ich persönlich habe noch nie das Bedürfnis gehabt, Videos auf die Art zu teilen. Aber das geht eben. Und wenn man das Video herunterladen möchte, das ist eigentlich das Wichtigste, was uns interessiert, dann rechtsklick hier. Und dann kann ich hier Video speichern unter. So habe ich zum Beispiel auch meine Testaufnahmen gemacht und heruntergeladen. Was mich allerdings gewundert hat, ist, es gibt noch eine Screenshot-Option in der App. Und da stand eigentlich auch, dass das in die Cloud hochgeladen wird, wenn man da alle Minute einen Screenshot macht. In meinem Fall hat er aber irgendwie keine Screenshots gemacht. Ich muss mal schauen, ob ich die vielleicht auf dem Handy noch finde. Also das habe ich noch nicht geprüft. Wie gesagt, ihr müsst halt wissen, das ist ein Testbericht aus mehreren Teilen. Es gibt auch noch einen Testartikel. Da gibt es dann das gesamte Fazit. Es gibt ein Video zur App. Es gibt ein Video zum Unboxing, Fazit, Montage und so weiter. Das müsst ihr eben als Gesamtbild betrachten. Ich empfehle euch da auf jeden Fall den Artikel anzuschauen. Den findet ihr unter dem Video in der Videobeschreibung. Das war es jetzt hier erstmal von der Cloud-Oberfläche. Also die ist rudimentär, nicht kompliziert. Man kann das Ganze hier managen, kann auch Sachen löschen, Videos. Kann die anschauen, wie man das eben möchte. Und kann das hier teilen. Und man kann auch sein Abo da kündigen. Jetzt habt ihr auf jeden Fall mal gesehen, kurz, wie die Web-Oberfläche so ist. Die App. Für die App habe ich ein eigenes langes Video gedreht, welches ihr in der Videobeschreibung findet. Weitere Infos dann im Testartikel. Testaufnahmen und Mikrofontest. Wie immer habe ich Testaufnahmen gemacht und die Aufnahmen habe ich direkt aus der Cloud geladen, damit ihr die Videoqualität selbst beurteilen könnt. Außerdem gibt es beim ersten Video noch eine Mikrofonaufnahme. Dann hört ihr, wie die Kamera eben den Ton in verschiedenen Abständen aufnimmt. Mein Fazit. Zuerst einmal ist das Ring-Ekosystem mit allen Modulen nur etwas für Personen, die akzeptieren, dass wir hier ein permanentes Cloud-Abo benötigen. Die Basisversion kostet 30 Euro im Jahresabo, die Plus-Version 100 Euro. Die Ringcam selbst kostet 200 bis 220 Euro. Türklingeln gibt es ab 100 bis 280 Euro. Die ganzen Module und Preise lassen sich auf Amazon einsehen. Wie viel Geld wir also benötigen, sollte somit klar sein und auch, dass das Cloud-Abo laufende Kosten verursacht. Der Vorteil der Cloud ist natürlich, dass wir uns nicht um die Speicherung kümmern müssen und die Aufnahmen auch noch abrufen können, falls jemand die Kamera klaut. Es ist außerdem wichtig zu wissen, dass es keinen RTSP oder ONVIF gibt. Wir können den Video-Steam also nicht einfach in Verwaltungssoftware von Trittanbietern laden. Ihr lasst euch hier auf ein geschlossenes System mit Cloud-Abo ein. Ohne das Cloud-Abo könnt ihr auch keine Videos aufnehmen. Ohne das Cloud-Abo kann man nur auf den Livestream zugreifen und bekommt Push-Nachrichten. Das müsst ihr einfach wissen. Das ist wichtig in diesem Fall. Es gibt diese Kamera auch als Version mit Akku. Allerdings empfehle ich euch die kabelgebundene Version und zwar wegen dem Pre-Recording. Bei der Batterieversion filmt die Kamera nämlich erst ab Erkennung der Bewegung. Wenn hier also jemand schnell durchs Bild rennt, fehlt die Hälfte oder er ist erst gar nicht auf dem Bild. Das ist so, damit die Kamera Akku spart und bisher hat jedes batteriebetriebene Modell, das ich kenne, das so gehandhabt. Die Kabelversion nimmt dagegen schon vorher auf. Die Alarmaufnahmen sind gut, flüssig und es war auch immer alles auf dem Bild, dank Pre-Recording eben. Die App ist übersichtlich und der Setup einfach und simpel. Das habt ihr im separaten Video und im Teil vom Setup ja gesehen. Die Mikrofonqualität finde ich auch gut. Schaut da in die Testaufnahmen rein. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, auf was ihr euch hier einlasst, was die Kamera benötigt, wo hier die Vor- und Nachteile liegen und ihr könnt jetzt selbst entscheiden, ob die Kamera für euren Anwendungsfall in Frage kommt. Das war ein weiter ausführlicher Überwachungskamera-Test von mir für euch und ich hoffe, er hilft dir weiter. Den Link zum Testbericht, zu den weiteren Videos und zur Kamera findest du unter dem Video. Das war's von mir, ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir, ich bin raus und ich bin raus und ich bin raus und ich bin raus. Das war's von mir, ich bin raus und ich bin raus und ich bin raus und ich bin raus und ich bin raus.